Yo, mein Lieben, Zuschauer, und ich bin Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lang ist es hier, wir spielen heute mal wieder eine weitere Folge Skywars. Crawling in my ski, crawling in my ski. Und heute, Leute, machen wir die MLG TNT Boost Challenge. Ja, Leute, ich weiß, auf Gommel kann man keine MLG TNT Boost mehr machen. Aber ich werde euch heute vom Gegenteil überzeugen. Ich werde heute so oft versuchen, den TNT Boost zu machen, bis er klappt. Und dafür nehmen wir uns das MLG Kit. Ich denke mal, ihr wisst, wie das MLG Kit startet. Das wäre viel zu viel Stuff, um das alles vorzustellen. Ja, da haben sie recht. Nee, komm, Leute, lasst mich in Ruhe. Leute, ich zeige euch jetzt mal den TNT Boost. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich... Ja, ciao. Ja. Das mit dem TNT Boost ist zwar eine harte Challenge, aber wir gehen erst, wenn der Anschluss läuft. Verschwinde, ich mache einen TNT Boost. Alter. Ich weiß noch, früher, Leute, da waren echt die Leute, da hast du reingeschrieben. Ja, ich mache einen TNT Boost. Verpiss dich. Und die haben das respektiert. TNT-Platte. Und Zündung. Ja, moin, was war das denn? Schnell noch die Holzblöcke hin platzieren. Zack. Zack. Und Zündung. Ähm. Hä? Okay, Leute, wir haben jetzt eine einigermaßen gute Map erwischt, um direkt einen Boost auf die Gegnerinsel zu machen. Also, wenn das klappt, sind wir echte Pros. Surprise, motherfucker. Aber dennoch geben wir uns nicht geschlagen. Wir brauchen nur eines. Schnell, Klaus. Werf sie mir her. Hier, die MLG-Kohle, du Urschloch. Oh. Danke, danke. Ah. MLG. Loll, Leute, hier läuft einfach so ein Gigi Anderson 1 rum. What the heck? So komplett im Blau. Hä? Jamoik. Nice. Gigi Anderson, bring mir Glück für die nächste Runde. Verpiss dich. Mann, ey, raus hier, Alter. Nebelnig, nimm den mal wieder mit. Ich brauch den nicht. Oh, verschwinde. Eieiei. Zack. Und Zündung. Nein. Ja. Okay, ich hab jetzt mal weniger genommen für eine kleinere Explosion, aber da kommt ein Gegner. Und Zündung. Hat er mich mit Eiern abgeschossen oder was war das? Alter, Leute, ich nehm original schon eineinhalb Stunden auf und hab's noch nicht geschafft, einen TNT-Bus zu machen. Aber egal. Wir versuchen es weiter. Und schon wieder ausgetimt. Okay, Leute, ich hab jetzt ja eine Technik aufgestellt. Nachdem ich alles berechnet habe, 5-5 ist gleich 2, minus 3, plus 4 ist gleich 7. Minus geteilt die Wurzel von 7 ist, dass wir uns ein paar Blöcke weiterbauen müssen, um nicht so viel Schaden zu bekommen vielleicht. Also nicht so viel Damage. Und dann bin ich einfach mal sagen, Zündung. Wenn man zu weit weg ist, kriegt man gar keinen Damage mehr. Was ist denn da los? Leute, fällt euch auf, meine Kamera-Quali ist irgendwie besser. Ich hab immer noch die gleiche, nur ich hab ne Softbox und die lässt irgendwie alles viel geiler aussehen. Also. Ohne Witz, Leute, ich nehm schon seit 2 Stunden auf. Und es geht nichts. Es ist einfach so heftig. Nix geht. Das ist mein letzter Versuch. Zündung. Oh mein Gott. Alter. Ey Leute, komm, komm, das lassen wir zählen. Ich wurde erst zurückgebackt, als wir in der Luft sind. Okay, Leute, ich würde nochmal sagen, das soll vom Video gewesen sein. Ich weiß, ich weiß, es war jetzt nicht so das Krasseste vom Krassen. Aber ich dachte mir jetzt einfach, ich mach jetzt ein etwas längeres Video, weil die letzten Tage auch nichts gekommen ist. Das tut mir leid. Ab jetzt kommt wieder jeden zweiten Tag ein freshes Video. Oder halt morgen kommt ein Video, weil ich dann morgen das Gewinnspiel auflöse. Und dann würde ich einfach mal sagen, hier findet ihr die anderen Videos. Schaut euch das 100 Abos Special an. Da könnt ihr Premium und einen Banner von meinem Designer gewinnen. Haut rein, macht's gut und ciao.